Seligkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Bundesliga-Kaderanalyse für die Saison 2018-2019. Wir sind heute am Start mit dem SV Werder Bremen, dem Verein mit dem eventuell schon geilsten Vereinslied bzw. der geilsten Hymne der Bundesliga. Lebenslang grün-weiß, selbst als 96er finde ich die ziemlich, ziemlich geil. Auch wenn ich natürlich meine eigene noch besser finde, aber grundsätzlich eine sehr schöne Hymne und ein Verein, der in den vergangenen Jahren immer wieder so ein bisschen überraschen konnte. Eigentlich als Abschiedskandidat gehandelt und dann am Ende doch immer relativ nah an Europa. Das ist für diese Saison wahrscheinlich auch geplant und der Kader gibt es tatsächlich auch her, auf den wir natürlich im Laufe dieses Videos eingehen. Aber ich sehe Bremen so stark wie schon lange nicht mehr, das kann ich direkt mal sagen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, checkt die Links in der Beschreibung. OneFootball, mein Partner für diese Serie mit den neuesten Livescores, Transfergerüchten, Kaderformationen, alles was ihr für euer Fußballerlebnis benötigt. Kostenlos auf Smartphone, aus dem App oder Playstore. legen los mit dem Brehmann und Florian Kohfeldt, dem Trainer, 35 Jahre alt, seit letztem Jahr im November dabei. Bisher eine sehr solide Sache, natürlich nicht der absolute Weltklasse-Trainer. Ich finde auch nicht auf dem Niveau von einem Nagelsmann oder Tedesco, aber für sein Alter auf jeden Fall recht souverän und sehr solide. Natürlich muss man sagen, dass Bremen jetzt ein bisschen mehr Druck hat als vergangene Saison vielleicht. Da waren sie, wie gesagt, so ein bisschen Abschiedskandidat, gerade nach dem Start der Saison. Aber jetzt, nachdem sie halt eben so gut eingekauft haben und nachdem der Kader echt stark aussieht, muss man mal abwarten, ob denn die Erwartungshaltung erfüllt werden kann. Weil ich zumindest, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, habe eine relativ hohe Erwartungshaltung an den SV Werder. Natürlich auch, weil sie nicht so viele Leistungsträger abgegeben haben. Ja, Thomas Delaney wechselt natürlich zu Dortmund für 20 Millionen, was gut ist. Gerade für Bremen, gute Einnahmequelle. Jerome Gondorf geht zu Freiburg, das ist jetzt nicht so dramatisch. Garcia geht zu den Young Boys, auch nicht dramatisch. Kleinhaisler wechselt, Leon Guvara, gut Robert Bauer, aber das sind alles jetzt nicht die größten, brutalsten Namen. Der einzige, der wirklich wehtut in meinen Augen, neben eben Delaney, ist Latko Junuzovic. Denn damit haben sie halt eben so ein bisschen die Schaltzentrale im Mittelfeld komplett verloren. auch eigentlich gut nachgelegt, sodass man denken könnte oder dass man sich darauf einstellen kann, dass Bremen eigentlich keine Problematik bekommt, was den Kader angeht oder die Qualität des Kaders angeht. Und ja, das liegt vor allem am Transfer von Davy Klaasen von Everton. Natürlich muss man sehen, der hat sich in den Niederlanden sehr gut gemacht. In der Premier League lief es nicht so. Vielleicht läuft es ja beim SVW, man wird es sehen. Dazu haben wir Yuya Osako, für mich nicht unbedingt der brutalste Beste Fußballer der Welt. Aber gut, vielleicht wird er mich ja komplett überzeugen jetzt plötzlich. Man weiß es ja nicht. Dazu kommt Felix Bejimo. Der kommt von Dürr Gardens aus der schwedischen Liga. Grundsätzlich immer solide in Skandinavien einzukaufen. Hat man ja auch bei Augustinsson schon gesehen. Martin Hane kommt von 96. Ja, komme ich gleich nochmal zu. Dazu ist Stefanos Capino, Jan Niklas Beste, Kevin Möweil, Claudio Pizarro. Nochmal so ein bisschen als moralische Keule. Das sieht alles ziemlich, ziemlich gut aus. Und wir kommen mal direkt zur Kaderanalyse. Das Tor ist bei denen so gut besetzt wie bei fast keinem. Also Jiri Pavlenka, einer der stärksten Keeper der Vergangenheit, wenn nicht der Beste. Ist definitiv solide. Ist eigentlich ein Wunder, dass er nicht gewechselt ist. Dazu haben wir Jaroslav Dropny und Stefanos Capino als Nummer 2 und 3 oder Nummer 2 und 2,5. Michael Zetterer und Luca Plogmann sind jetzt auch nicht so schlecht. Plogmann ist erst 18 Jahre alt, gehört schon zum Profikater. Das muss was heißen. Und Zetterer ist 23 und ist auch theoretisch ein guter. Also grundsätzlich sieht das eigentlich alles nicht schlecht aus. Im Tor hat Bremen absolut keine Probleme und ist richtig gut aufgestellt. Die Defensive, da haben wir eigentlich auch keinen Ausreißer nach unten. Das sind alles gute Spieler, ausnahmslos. Moisander ist erfahren ohne Ende und einfach ein solider Verteidiger. Langkamp genau das Gleiche. Dazu Veljkovic, der immer noch in meinen Augen eine Menge Potenzial hat. Nicht auf dem großen Weltklasse-Niveau kickt, aber auf jeden Fall das erreichen kann. Oder zumindest internationales Niveau, wenn er sich weiter so reinhängt. Ist 22 Jahre alt, hat noch Luft nach oben. Aber ist jetzt schon richtig gut. Dazu Marco Friede, ein Bayern-Innenverteidiger oder Bayern-Verteidiger. Da kann man immer nicht Nein sagen. Ludwig Augustinsson hat seinen Marktfeld einfach mal auf 12 Millionen gesteigert nach der WM. Auch sehr solide. Gebre Selassi ist Bundesliga erfahren und spielt jedes Jahr wieder ziemlich, ziemlich gut. Führungsspieler auch. Berrimo kommt dann halt eben als Nachwuchs bzw. als Backup. Ist auch jetzt nicht so schlecht. Und der Niklas Beste hat bei Dortmund in der Nachwuchsmannschaft eigentlich auch ziemlich was gerissen. Das sieht von den Namen her personell richtig gut aus. Bei Bremen kann man sich nicht beschweren. Defensive, Check, richtig solide. Das Mittelfeld ist gut. Definitiv. Es fehlt Delaney, es fehlt hier nur so mit Jahr. Aber man hat es eigentlich ganz gut kompensiert. Bargfrede auf A6, wenn er verletzungsfrei bleibt. Definitiv ein Spieler mit Potenzial. Auch gutes Bundesliga-Niveau zu spielen. Kevin Möwald ist halt die Frage, wie er sich in der Bundesliga machen wird. Aber die Nürnberger Spieler haben sich eigentlich alle ganz gut eingefunden. Ich denke mal, dass Möwald das auch kann. Dann Florian Kainz auf der Außenbahn. Das ist definitiv solide. Ich finde ihn jetzt nicht so überragend. Aber er hat Tempo und das brauchst du. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Davy Klasen in der Zentrale. Dann dazu noch Maximilian Eggestein. Ich weiß gar nicht, wo die alle spielen sollen. Milo Drassica oder Rashica oder wie auch immer. Eigentlich ein Spieler mit einer Menge Potenzial. Die Sache ist, ruft das ab oder nicht. Und dann noch ein paar Jugendspieler. Beispielsweise Tore Jakobsen, Ole Kuiper und Jean-Manuel Mbom. Ja, kann man so machen. Also gerade wenn man bedenkt, dass Bartels halt eben, wenn er wieder fit ist, auf Außen spielen kann. Osako kann theoretisch auch auf der Außenbahn spielen. Harnik kann das sogar auch. Also das Mittelfeld sieht echt nicht schlecht aus. Echt solide. Gerade halt eben die Route, wenn man jetzt irgendwie eine Dreierreihe macht. mit Bargfredaufer 6 und davor Eggestein und Klasen. Ja, Möwald kann ja glaube ich theoretisch auch Außen spielen. Das passt eigentlich alles. Wenn man jetzt die Offensive noch hat. Und da sehe ich eigentlich auch keine Probleme. Weil Max Kruse ist stark. Harnik hat auch seine Buden bei 96 gemacht. Wird es wahrscheinlich auch bei Bremen machen. Auch wenn man sagen muss, und dazu wollte ich gerade kommen, als ich das auch bei Französchen gesehen habe. Harnik merkt man sein Alter. Das war bei 96 in der Rückrunde auch so. Hinrunde war noch stark. Rückrunde war nicht so seins. Empfällt so ein bisschen die Energie. Er weiß, wie wichtig eine Vorbereitung ist. Deswegen wird er sich sicher auch bei Bremen voll reinhängen. Und auch, weil es ja so ein bisschen sein Herzensverein auch teilweise mit ist. Weil es sein erster, glaube ich, Bundesliga-Verein war. Aber man muss halt eben abwarten. Man kann nicht genau sagen, ob es funktionieren wird in Bremen, wie es in Hannover funktioniert hat. Mal sehen. Grundsätzlich haben wir ein guter Stürmer. Genauso halt eben wie Kruse. Der ist sogar noch besser. Bartels dazu. Wenn er von seiner Verletzung genauso zurückkommt, wie er vorher gespielt hat. Überragend. Pizarro als Backup. Und dazu hat man halt eben noch als Backup Aaron Johansson, der theoretisch auch gut ist, halt aber nie sein Potenzial abrufen konnte. Osako, der eine Menge Talent hat bestimmt. Und keine Ahnung, ich kann mir den nicht gut reden. Ich finde Osako nicht so geil. Aber der macht auch seine Tore. Und Eggestein ist ein Riesentalent. Johannes Eggestein, 20 Jahre alt. Wer weiß, was aus dem noch wird. Joshua Sargent ist dann auch noch hier aufgelistet. Also von der Breite des Kaders, von der Qualität, das ist richtig, richtig stark. Bremen könnte man echt international sehen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die jetzt nicht um die Euroleague mitspielen werden. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Das ist definitiv eine solide Riege und die beste seit Jahren in meinen Augen, die sie zusammen haben. Von daher mal abwarten, wie sie sich machen werden. Kann natürlich auch voll nach hinten losgehen. Hat man bei Köln ja auch gedacht vor der Saison. Kann total nach hinten losgehen. Aber grundsätzlich denke ich, dass da auf jeden Fall einiges geht. Bei den Werderanern. Das war es von diesem Video. Ich hoffe, es hat es gefallen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Und wenn es heute schon Freitag ist, was ich mir gut vorstellen kann, viel Spaß beim Eröffnungsspiel. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.